hallo liebe freunde und willkommen zurück zu let's battle folge 4 darf ich dir mal was ganz ehrlich sagen ja das ist so nervig ich hasse dein intro hallo und herzlich willkommen zu diesen das folge die sind das ja ich habe ich habe die dritte wolle wenn die jetzt wenn das schafft jetzt die wolle droppt dann habe ich die wir können uns entweder ein zweites bett machen obwohl ich habe sechs wollen hier sind noch mehr schafe durch 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 wir können wir können zweites bett machen und genau die folge kommt ja erst dann raus wir nehmen wir nehmen voraus auf das können wir ja schon mal sagen weil wir alle über die weihnachtstage ein bisschen freizeit brauchen oder haben wollten scheiß bauen so ich habe ganz viele rosen gefunden ja broschen ich habe noch ein paar pilze also ich habe jetzt sechs wolle und drei wolle brauchen wir für eine waffenkiste okay ich habe mich gehört ich habe sieben wolle und ja theoretisch können wir dann einfach ich komme jetzt zurück versucht dann noch mehr waffen kisten zu machen hast du noch ein bisschen schießpulver organisieren können leider keine kriege gefunden auf meinem weg ja okay das ist an ihr tag über kommen ja auch ich renne hier durch den wald also holz haben wir auf jeden fall genug in diesem trocken was 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 ich erschreck mich doch nicht weißt du kannst du dich an die schlucht erinnern ja ich bin gerade gesprungen und bin da fast runter gesprungen und die ist sehr tief da wäre ich locker verreckt all das hier für jeden das jetzt wieder wundert warum ich sancho wieder mit einer axt abbaue ich habe leider keine schaufel diesmal und für alle die sich wundern warum ich immer noch keine facecam haben wir machen eine aufnahme session und nehmen mehrere folgen hintereinander auf so jetzt ist es raus jetzt habe ich doch schon in der letzten folge gefragt ob du dann die komplette session nicht ach so ja ich kann ja nicht zwischendurch duschen ich dusche nicht also ich habe mir vorgenommen über die weihnachtszeit nicht zu duschen hier hast du ein paar holzblöcke übersehen ja das hast du da nee das habe ich das habe ich tatsächlich übersehen okay die ganz oben die gegen mir auf den sack das ist aber doof weil dann werden die bäume nicht kleiner also die die blätter lösen sich dann nicht auf so ich gucke noch mal was ich jetzt noch machen kann wir brauchen unbedingt kohle und eisen noch mal ich weiß nicht kannst du das irgendwie organisieren ich hab dir hier auf jeden fall schon mal 13 ich will mir ich will mir aber noch ein paar sticks machen ja sonst so hier sind aber noch hier ist noch ein holz in der dinge in der box ich habe betteln hat noch auf das kann ich vielleicht mal schließen und skype könnte ich theoretisch auch schließen so jetzt müsste das aber flüssig so wir haben zwei waffen kisten bis jetzt vielleicht die kisten mit den wertvollen sachen sollten wir vielleicht irgendwie irgendwo verstecken also die hier du weißt ja nur ein block ja ja gut ich wollte es nur klar ich mache mal ich brauche man machen eine kiste aus den holzdingern ich brauche auf jeden fall erstmal weil ich werfe dir das holz da hin bitteschön ja wieso du brauchst doch so die kiste ein block unter der erde dass wir sein guck mal hier fällt gar nicht auf so redstone schießpulver kommen da raus das holz kommt da rein die items das eisen stein schön weil ich sonst noch was schaufel axt das weg kann alles rein wieder auch ein paar sachen reinpacken ja ja kann sind weil ich habe keinen bock dann hier wieder zu sterben so ich brauche ich brauche ein bisschen holz kannst du mir ein bisschen holz geben also verarbeitet ist ich habe ja eben die 34 zugeworfen ich brauche nur sechs das sind noch 34 in der kiste ja du stehst aber wieder habe sie so und jetzt drei oben drei unten und dann drei in der mitte und dann müsste okay es ist keine wolle ich kann das nicht identifizieren was das ist ohne weil ich ein anderes texture pack habe brauchen wir ein spinnenauge irgendwann fermentiertes spinnenauge bräuchten wir später vielleicht ja ja ich habe es in die kiste gepackt aber ich könnte uns ein bett machen auf jeden fall ja ich baue die eine kiste ist dein youtube kanal ein bisschen eskaliert oder es ist eskaliert ja ich hab halt glaube sechs abos bekommen ist doch cool freut mich für dich da liegt was auf der kiste das roth und flash ist da reingeworfen wo ist eigentlich das bett von früher hatten wir nicht noch ein bett nein doch hat ich das am anfang zu dir gesagt du sollst es looten ja habe ich ja gemacht aber ich hatte das ja dann noch dabei okay also müssen wir uns doch zwei betten hier ist gar kein essen drin ach so ja ich habe also ich habe noch zwei fleisch ich habe 13 warte ich gebe dir mal die hälfte alex ist aufgenommen da kam nichts jetzt ist es da alles klar dankeschön jade so gerne ich hatte das bett dabei als ich gestorben bin so ich kümmere mich jetzt mal um die waffen ich brauche zehn eisen und fünf zehn holz 20 eisen bitte sagen wir dass wir noch 20 eisen haben wir haben genau 20 eisen läuft bei uns ach es gibt mehrere seiten was klick mal drauf rechtsklick auf die deutsche und dann kannst du da unten unten so ein pfeil machen ja 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 panzerfaust luga panzer schreck flackvierling das brauchen wir auf jeden fall ja für flugabwehr also ich würde sagen die k98 und die mp40 holen wir uns oder mp44 ist besser mp44 wo ich stehen 88 ok alles klappt wie kann ich dir jetzt kaufen keine ahnung wir müssen uns ein bisschen verzeihen weil wir das ist unser erstes mal ich glaube er meinte irgendwas mit darauf drücken ich habe 20 eisen und 35 silber gesagt ich habe keine ahnung wie das funktioniert er meinte wir sollen da drauf drücken ich finde es ja krass alter wir sind in den friedens folgen jeder gestorben haben jetzt aber schon wieder so viel dass wir schon waffen bauen können hey wie kann man wissen einfach gut ja wir können aber keine sachen kaufen muss ich da rein werfen frisch also ich kann halt wenn ich da drin bin auch mein inventar nicht anklicken ja titel keine ahnung hast doppelklick oder so ja ich habe links nicht doppelklick rechtsklick mausrad shift q fc warte vielleicht bei der steuerung du musst du musst ja gucken weil die steuerung hat ja darum die wacke door open close key down key gear up l müsste das sein oder dann probier's nee gut und irgendwie antwortet uns auch keiner ja weil die die freund sich natürlich ich schwein hätte ich würde ja sagen google also die boxen da tut sich nichts ja toll ich weiß nicht ich kann immer die items geben vielleicht christus hin aber bei mir tut sich halt auf jeden fall nichts das rechte das deutsche und das sind 15 holz und 8 eisen und dahinter stecken grün oder vielleicht musst du die vielleicht in den kräftigen teile packen schwarz pulver das ist ja nur für das magazin darunter ja das brauchen wir ja auch also 20 eisen dann geht mal her dann geht mal her dann versuche ich das jetzt auch mal ja also das magazin habe ich gekauft die waffe ging nicht ja wahrscheinlich weil wir zu wenig haben dann 8 und 15 also ein magazin habe ich hier guck mal hier karten für 98 ja bringt uns jetzt nicht viel dass wir brauchen jetzt noch mal 12 eisen 15 holz und halte ich versuche mal ich versuche die mp dmp geht dmp 40 mensch ja genau die bringt uns jetzt aber nichts jetzt haben wir das falsche ich habe immer ganz magazin zugeholt das lade ich nach weil das war mit links mit links genau du das ist nicht verwechseln mit links wie siehst du an mit rechts schießt du ja ich packe das erstmal in die kiste macht es so manchmal das magazin das andere wir sollten die mal das magazin und so ich packe das holz dann erstmal hier rein hier so schützt eigentlich ein erfolg erzielt dadurch nein hochwert weg geworfen hier gibt es keine extra achievements dafür gibt es nicht das sieht bisschen auffällig aus nein das wächst gleich zu ok alles klar ich dachte dass ja danke nein ja ich gehe mal wieder auf meinen suchen apropos ich mache das bei uns im keller da fühle ich mich sicher ich will nicht wieder sterben ja dann gucke ich mal was ich sonst noch so machen kann ja also holz brauchen wir auf jeden fall ganz viel und vielleicht wenn du nicht verreckst wenn du dir zutraust dass du nicht verreckst kannst du auch gern zu dieser höhle gehen wo wir eben waren da war noch ganz viel kohle und eisen boah ne digga da habe ich viel zu viel angst ok dann gehe ich da gleich hin ich bin ja das ist mal auch ziemlich übermütig da reingelaufen habe video gesehen hast dass die alle jetzt die achievements erzielen die sind doch schon gestorben und dann kriegt man die doch alle neuen glaube ich ok 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 verstehe was der spaß die hat alter krasse krasse scheiße ficken aber das bringt ihm auch nicht viel das ding ist wenn das nicht viele sind dann kriegt er kein kein dingens dafür dann kann er sich dafür nur ein schwert machen und auf distanz sind die waffen stärker ok finde ich der meinung er müsste ja schon an uns rankommen und und uns dann mit dem diamantschwert töten ich habe kohle gewonnen kann ja auch sein dass es sich eine rüstung macht ja aber eigentlich ist so ein blog sind eigentlich nur so zwei bis vier diamanten das heißt das einzige was er sich davon machen kann eine schule wenn er jetzt noch mehr findet dann haben wir ein problem übrigens mir ist aufgefallen dass strip mining eigentlich voll sinn macht ach was heißt ja eigentlich nur gerader gang oder so so richtig dumm ja aber ist ja eigentlich nur nach unten ich war ja 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 gar nicht verboten wie wir wissen ich habe so schiss dass die jetzt auftauchen alter also dominik hat eben noch so rumgeheulst ja geht nicht auf uns wetten er nimmt sich jetzt denn er hat sich jetzt ein schwert gemacht und holt den ersten den natürlich töten kann oder geht auch die lied haha gestorben weißt du auf welcher höhe ungefähr diamanten sind keine ahnung okay gut dann kann ich den gang hier vergessen dann mache ich den dicht weil hier ist nichts ist keine höhle gar nicht es geht doch darunter ich habe alles rausgeholt das ging ja gut dann würde ich sagen ja aber wir rüsten uns diesmal ein bisschen besser aus hast du noch mehr fleisch oder so ich habe noch sieben fleisch ich habe noch was in den ofen gepackt ja ich guck mal ich weiß nicht ob du das schon rausgeholt hattest das hast du rausgeholt auch okay da ist nichts mehr drin ist er kriegt jetzt erst monster hunter weil er eben gestorben ist aber leider erst wurde von einer von einer dingens getötet von der hexe angegriffen und dann wurde vom ender mann getötet habe ich alles mit verfolgt so und ich brauche dort so ich müsste mir so eigentlich müssen wir so richtig dumm sein komatisch immer noch so frauen ja das wächst aber leicht zu und das muss ich jetzt eher bauen und das wächst und unter und in habschneub neben dem schnee wir müssen eigentlich so richtig dumm sein und hier stein oder holz hinmachen ja da ist was versteckt ich nehme ein bisschen kabblestone mit ne also ich weiß nicht wenn die uns echt für so blöd halten dass unsere sachen so auffällig verstecken alex tun sie wir brauchen na gut ich will jetzt nichts sagen aber ich meine habe ich gesagt dass ich ja gut das habe ich aber ja apropos ich glaube ich habe eben noch was übersehen was ich machen kann ja ich stehe zeit nur dumm alter was wollte ich denn sagen niemand ohne scheiß wir hatten so derbe glück dass das in den friedens folgen passiert ist alter aber das ding ist ich bin ja auch sehr unvorsichtig in die friedens folgen gegangen okay das kann ich jetzt noch nicht bauen wir brauchen mehr eisen dann lass uns gehen ich habe fünf fleisch warte 23 fackeln ich nehme noch ein bisschen holz mit und etwas kohle der mensch auf jeden fall ein creeper das ist schon mal gut für schwarzpulver genau ein bisschen kohle der schaue noch ein skelett in der nähe ich mache mir noch eine zweite spitz hack ist das in ordnung ja klar kümmer mich dabei um das skelett ich will halt nur nicht dass der scheiß creeper mir zu nahe kommt ja okay gut dann machen wir das aber in der nächsten folge wenn ja ich hoffe ich sterbe jetzt nicht ja also sagen wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin macht's gut da geht's wieder auf jagd